Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute der... Montro, hi! Und das ist die erste Aufnahme, ja, von PUBG bei mir. Hast du schon mal eine Aufnahme von PUBG gemacht? Ich hab auch noch gar keine Aufnahme von PUBG. Okay, dann für uns beide das erste Mal. Und dann auch noch gleich besonders mit dem Event nur armen Brüste. Genau, kann man zwei tragen? Zwei Brüste? Ich weiß nicht, ob man zwei Brüste haben kann. Müssen wir mal gucken, ich weiß es nicht. Geil wäre auch so Synchronschießen wie... Wir sind ja auch Piratieren, Pirateam. Achso, scheiße, ja, wir sind ja gar nicht alleine, warum das denn nicht? Weiß ich nicht. Mit anderen Leuten? Ich hab da jetzt auch nicht drauf geachtet, was genau das Event ist. Ich hab jetzt nur gedacht, das wären nur Armbrüste. Ähm, ich hab jetzt auch... Wir können nicht mit denen kommunizieren, ich hab meinen Ton mit anderen Leuten aus. Ich auch. Ist halt Pech. Müssen sie mitleben, dass wir besser sind als sie. Kann man dem PUBG Handzeichen geben? Äh, ja, geht. Ey, scheiße. Ähm. Ähm. Es gab eine Taste dafür. Y? Ne, das war Tarkov. Es gab eine Taste dafür, weiß ich. Es gab jetzt so ein Ringmenü gedöhnt. Ach, scheiße, wir spielen noch Third Person, ne? Ach, scheiße, stimmt. Jetzt wo du das sagst, fällt es mir auf. Ach, so ein Ekelrotz. Alles Marsch. Man kann auf Z nämlich wechseln. Ja, hm. Wo waren wir überhaupt raus? Emote. Ähm, keine Ahnung. Wer ist rot, bist du? Ja. Nee, ich bin blau. Ähm. Bist du rot oder das? Nee. Das ist Leon TM, ja, alle Pochinki. Ja, dann geht's schnell. Dann zeigen wir mal, wie schön das aussieht, wenn man verkacken kann. Genau, dann zeigen wir mal, was für Killer wir sind. Mit Fürstpersonen und anständig. Drei, zwei, eins, go! Jetzt so. Ähm, ich gehe näher mal hier in die Ecke von Pochinki bei Gelb. Ja, dann komme ich mit. Das ist so ein Sechserholzerblock, denke ich mal. Oh, ich versuche mal, das Türkise zu erwischen. Ja, und ich das mit dem, das rechteckige. Das rechteckige? Achso, das mit dem Flachdach. Und wir sind nicht allein. Anderer Spieler kommt zu meinem Flachdach. Echt? Oh ja. Ja, davor. Nimm ich das Haus dahinter. Und Türkise ist auch gerade heiß begehrt. Und ich lande natürlich voll scheiß ab. Irgendwann habe ich die Schade. Ah, Waffe. Nimm eine Waffe. Gegner ist im Haus. Ich bin auch da im Haus. Ja. Oh, der hat keine Bolzen mitgenommen, der Sack. Oben ist noch ein Bogen. Ah, bei mir ist auch einer. Ich bin bei dir. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich bin bei dir. Hatsch. Hatsch. Nein, ich treffe nicht. Gottverdammte Scheiße. Den Arsch. Lebt immer noch? Ich wollte schon sagen. Ich nehme mal seine Armbrust. Ja, ich nehme mal seine Brüste. Zwei Brüste sind immer besser als keine. Hier oben sind auch noch ein paar Brüste. Heilen. Also hier müssen wir noch... Ah, auf der anderen Seite. Bist du getroffen worden? Ne. Auf den, ja, gegenüberliegenden Haus, wo du jetzt rüber rennst. Ja, okay. Dann gehe ich ja mal... Ich sturme mal. Ne, ne, da ist das Rote, meine ich hier. Ach so, das Rote. Er ist hinten rausgehüpft, glaube ich. Weiß ich nicht. Klang so. Ne, Treppe. Er ist wieder hochgegangen, er kommt raus. Er will mich bestimmt töten. Ah, er traut sich da nicht. Ich werde hier auch beschossen, wie Sau. Ja, das ist der Typ. Das ist der Typ. Ach. Der hat die Tür zugemacht, ist jetzt genau bei den Fenstern. Ja, hat... Oh, ich habe doch voll getroffen. Jetzt ist er, glaube ich, raus. Ne. Ah, andere Seite sind... Auf dem Dach ist auch einer. Komm schon, komm schon. Hinter dir! Jawohl, erwischt. Komm, komm hoch. Und geh nicht hier um die Ecke. Bei dem kleinen Haus zielt einer. Der zielt auf uns, ja, ja. Und da kommt schon wieder einer. Komm weg da, komm weg da. Der Typ, der zielt auf dich. Hä? Jetzt habe ich einen Kill? Cool. Weiß gar nicht, ob ich das zum Heilen habe. Ne, was? Du was zum Heilen? Ne, ne? Ne. Ja, äh, Bandagen. Ja, Bandagen. Alter, die Armbrust schießt ganz schön hoch, ne? Sie zieht... Ah, du musst tiefer zielen bei der Armbrust. Auf jeden Fall tiefer zielen. Ah, verdammt. Fast im Flug erwischt. Der Typ ist hinten runtergesprungen. Ja, schon nicht getroffen. Er rennt. In deine Richtung, glaube ich. Ja, ja, der ist gleich bei mir im Haus. Alter, treffe nicht. Nee. Zwei Schuss noch. Nee, verdammt. Armbrust ist gar nicht einfach. Jetzt habe ich... Oh, scheiße, ich liege auch. Ich habe ihn erwischt. Da kommt einer um die Ecke. Einer ist gut zu uns. Ach so, okay. Ah, fuck, ey. Schieß nicht auf mich, schieß nicht auf mich. Aber ich weiß nicht, der wurde wieder aufgehoben. Der wurde wieder aufgehoben. Er rennt rechts hoch. Ja. Zielt auf mich. Ich komme mal zu euch. Ich bringe euch den Tod. Nee, ich bin tot. Scheiße. Ich bringe euch den Tod. Zuschauen. Ich habe auch keine Bolzen mehr. Ich Idiot. Ich habe nur noch 35 oder so. Ich habe jetzt alles verschossen. Ja, er zielt auf dich. Ich brauche Bolzen. Gib mir die Bolzen. Wo ist denn der andere Typ? Den habe ich gelootet. Der ist leer. Nee, der hat nur 25 Bolzen. Ach so, den habe ich gar nicht rübergekriegt. Aha, der hat aber keinen Rucksack gehabt wahrscheinlich. Wo ist der Typ hin? Da, am Baum. Aber warum ist der wieder am Leben? Den habe ich niedergeschossen. Weiß nicht. Ich weiß nur, ich habe ihn vorhin nicht getroffen. Jetzt habe ich ihn wieder ausgenockt. Stimmt. Dann wird sein Kollege da irgendwo noch rumliegen, ne? Ja, oder ich habe jetzt beide ausgenockt. Nee. Kann ja nicht sein. Aber wo ist der zweite? Nee, als wäre der... Ja. Keine Ahnung. Der hat den wieder hochgeholfen. Ja, das tut mir leid für dich. Nee, ist ja kein Problem. Ich gucke, was du machst. Aber ich finde es ganz lustig. Ja, ist glaube ich das erste Mal so ein Event, oder? Haben die früher schon sowas gemacht. Also das erste Mal, dass ich auf jeden Fall sowas mitgekriege. Die War Modes. Hier mit Team Deathmatch-Dinger. Hatte ich dir mal gesagt gehabt. Das hast du gesagt, hast du nicht gesehen. Also die Team Deathmatch-Dinger, die waren auch ziemlich cool. Die haben auch Spaß gemacht. So, ist die Frage, wo geht man hin? Unsere anderen Kollegen sind alle tot. Wir sind noch zu zweit, okay? Ja, und die sind halt im Kreis. Ja. Könnt ihr noch mehr Pfeile sammeln. Hehehe. Ja, eigentlich schon. Aber ich würde halt auch lieber gern jagen gehen. Hast du eine zweite Ambrust hast du auch schon? Nee. Ist besser, ne? Kann man wechseln. Ja, würde ich auch sagen. Weil bis der nachlädt, ist ja Weihnachten. Übrigens, äh, will ich dir nochmal sagen. Bei mir nimmt OBS das Steam-Overlay nicht aus. Also ich hab jetzt ein paar Mal schon das Steam-Overlay aufgehabt und es hat er nicht aufgenommen. Okay, was hast du denn eingestellt? Haha, bin besser als du. Ja. Können wir gleich nochmal abgleichen. Also ich seh's auf jeden Fall nicht in der Aufnahme, wenn ich jetzt auf den anderen Monitor gucke. Was mir grad auffällt, dass ich immer noch sehe, ist unten Broadcast. Du hast mir ja vorhin zugesehen. Und seitdem ist das immer noch offen. Oh. Ja. Aber da ist nix. Nach der Runde mach ich das mal aus. Da steht nix Besonderes drin, also keine wichtige Information. Ah, der will Leiche looten, ne? Hol ihn dir, hol ihn dir! Rechts! Ja, links war ich noch. Was ist denn das seine Schritte gewesen? Ja, das war halt. Ach, verdammt. Okay, ich konnte gerade die Schritte nicht zuordnen. Er scheint auch von hinten was zu kommen. Mein Gehör scheint zu funktionieren. Oben? Unten? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sein Kollege geschossen hat oder geschossen wurde. Von da hinten dann. Okay. Nicht getroffen. Mit den Waffen konnte man nicht zuschlagen, so auf V oder so. Mhm. Na, V kann... Nein, du kannst dein Ego wechseln, aber du kannst nur die Bratpfanne auswählen. Na, die Bratpfanne, ja klar. Weil man die hat. Ja, sonst halt Fäuste, ne? Ja. Also ich höre nur immer... Tchuu, tchuu, tchuuu. Irgendwer ballert auf mich. Ich glaube, die Ambrust kannst du auf Distanz echt knicken, ne? Da hinter dem Ding ist er. Oh, hatte ich erwischt. Verdammt, ich bin hier nicht. Jawohl, Kopfschuss. Oh ja. Aber ich werde immer noch beschossen. Na, klang so, als ob er was zum Heilen hatte. Naja, Schmerzmittel nur. Also du musst... Hast nix, ähm, müsstest du mal was nehmen. Mhm. Nehme mal Schmerzmittel und Energydrink und dann... Klingt nach gesunder Ernährung. Boah. Ich denke mal auch, ne? Schöne Aufputschmitteln. Aber irgendwer schießt hier noch auf uns. Ach, der hat nen Tarnanzug an, weil der den gefunden. Ach, cool. Irgendwer hat hier auf jeden Fall noch auf uns geschossen. Ja, schon wieder. Na vorne. Wechselt da nur Seelenruhe das Magazin. Oder den Pfeil, meine ich. Hätt' ja sein können. Ja, Gen. Ich will den Ghillie-Suit, den der hat. Ist meiner. Mit dem Büsch, ähm, Gebüsch campen kannst. Third Person ist so ekelhaft, ne? Es fühlt sich so scheiße an. Es fühlt sich falsch an. Ja. Es fühlt sich genauso falsch an, als ob man mit seiner Schwester schlafen würde. Genauso falsch. Das ist so falsch. Egal wie heiß sie ist. Es ist falsch. So, wo ist der Typ? Da, links im Kornfeld. Das ist aber ein anderer. Ach komm, nee, das ist der Typ. Echt? Ah doch, hast recht. Du hast recht. Sag, das ist ja grad'n Rucksack. Ja, aber das war mal gar nichts. Ein Zickzacklauf. Die Feuerfrequenz ist zu niedrig. Ja. Das ist echt übel. Das. Prägt nix. Ja, vorhin fliegt der Fall ja so elendig langsam. Und er hat gleich den Vorteil, dass er gleich auf euch warten kann. Ja. Vermutlich schon. Ich weiß ja nicht, was Kollege Schnürschuh macht. Ach, Schnürschuh läuft auch schon, okay. Naja, der läuft. Ihr könnt ihn höchstens flankieren, so. Jeder von einer Seite und dann mit dem Typ in der Mitte. Ja. Von hinten scheint dann nichts zu kommen. Hier scheint die Letzten zu sein, aus Pochinki. Ah, mein Kollege wird beschossen. Oh, da. Oh, ich hab' nicht gesehen, die zwei Leute da. Da läuft noch einer. Verdammt, ist hier was los. Komm schon, das kann doch nicht sein. Wieso treff ich denn nichts? Ich hab' keine Ahnung, wie man schießen muss, ne? Ja, ich glaube, ich auch nicht. Sauviele, ey. Ich war auch nicht besser. Sauviele, ja. Ja, sie sind wie kleine Rehe, die jetzt wegrennen. Ja. Wie bei Kine im Kamm. Auf einmal laufen sie alle los. Ja. Boah. Jetzt hab ich einen abgekriegt, aber ich hab' einen getroffen. Boah, immer so ein scheiß Hüpfer. Nein! Nein! Nontro! Aber der Kollege hat noch den anderen getötet. Da kommt noch einer! Um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke! Oh, hier sind überall welche! Guck mal! Unbekannter Killin! Verdammt! Na, kacke! Was war da los? Aber er lebt noch. Ja, los! Wir wollen noch gucken, was Spiny macht. Er ist hip. Ey, wer ist ein anderer Spieler grad gewesen? Oh, cool! Ja, da waren auf einmal noch drei! Hier, guck mal da vorne! Ah, ich kann den nicht beobachten! Kacke! Ich sehe nur dich! Nee, ich sehe nur dich! Scheiter, der hat so viel los! Er sagt viel los! So ein Scheiß! Er wirft Rauchgranaten! Und Blendgranaten! Er hat sich selbst geblendet! Und jetzt liegt er! Und ist tot! Ah, er ist tot, ne? Gut! Ja, alles klar! Jo, dann lustige Runde! Ja! Auf jeden Fall lustige Runde! Nicht für mich! Zwölfter! Ja, Zwölfter, huhu! Na komm, gleich nochmal! Auf jeden Fall! Ich beende mal die Aufnahme! Ich auch! Bis denn! Tschü!